Ich bin Alain. Ich bin Ivan. Wir sind beide aus Bern. Besitzen. Wir sind noch nicht so lange da, aber ... Facts besitzen. Schlimmers Halle. Wie jedes Jahr eine coole Aufregung und ein paar cooles Zeugs. Facts immer wieder. Die extremen Livestreams und auch die Wettkämpfe von hier sind. Wird es sicher noch spannend. Lieblingsgames? Ja, ich weiss nicht. Unsere Lieblingsgames sind die vertreten. Aber wir sind natürlich Apex-Spieler. Und auch sicher werden Freude haben, vielleicht etwas Neues zu entdecken.